Hallo Sammelfreunde, es ist soweit, die Bundesliga-Magitech-Saison 2022-23 hat begonnen und wir wollen uns heute zum Auftakt in diese neue Spielzeit das Starterpack mit den ersten Karten aus dieser neuen Kollektion anschauen. Und damit begrüße ich euch zu diesem neuen Collectors-Video mit dem Starterpack der Bundesliga-Magitechs 2022-Trading-Cards von TOPS, die gleichzeitig auch das erste Produkt von TOPS zur neuen Bundesliga-Saison darstellen. Wir wollen heute anhand des Starterpacks die Kollektion ein wenig kennenlernen. Der ein oder andere von euch wird ja bereits den Artikel auf der Collectors-Webseite mit den ersten Bildern und der kompletten Checkliste zu dieser Kollektion gelesen haben. Und wer den kennt, ist eigentlich auch bestens vorbereitet auf diese neue Bundesliga-Magitech-Saison. In diesem Starterpack, das ihr bereits im Bild seht, finden wir unter anderem eine Limited Edition Card von Niklas Süle. Wir sind erstmals jetzt im Trikot von Borussia Dortmund. Und den weiteren Inhalt sehen wir, wenn ich das Ganze mal ein wenig hochschiebe, denn dieses Starterpack ist ja immer ein bisschen größer als der mir zur verfügenden Bildausschnitt. Und hier im unteren Bereich sehen wir es aufgelistet. Zehn Karten sind noch zusätzlich drin. Dazu gibt es noch vier Taktik-Karten, eine limitierte Karte und eine Bundesliga-Legenden-Karte. Also insgesamt 16 Karten und wer die Bundesliga-Legende sein wird, das sehen wir hier bereits auf der rechten Seite. Kein geringerer als Franz Beckenbauer. Dazu finden wir jetzt weitere Bestandteile, die normalerweise in so ein Starterpack gehören. Eine Sammelmappe, ein Sammlermagazin mit 32 Seiten und ein XL-Spielfeld als Unterlage für alle, die mit den Karten spielen wollen. Die Rückseite fasst das Ganze auch nochmal zusammen, was uns da in dieser neuen Saison erwartet. Die spektakulärsten Talente und größten Bundesliga-Stars. Dann wird angekündigt, dass jetzt noch mehr Autogrammkarten mit Original-Spieler-Unterschriften in dieser Kollektion versteckt sind. Und es gibt in diesem Jahr auch erstmals Combo-Autogrammkarten mit direkt zwei Unterschriften von Bundesliga-Stars auf einer Karte. All das werden wir jetzt wahrscheinlich gleich im Sammlermagazin mit den 32 Seiten entdecken. Und es gibt auch wieder eine Match-Attacks-App, mit der man dann auch virtuell mit den Karten spielen kann. Wir sehen hier unten den Preis, 9,99 Euro. Das Ganze ist also 1,00 Euro teurer geworden als noch im Vorjahr. Was allerdings wenig verwunderlich ist bei den ganzen Preissteigerungen, die wir momentan erleben. War eigentlich schon abzusehen, dass dies auch nicht spurlos an den Trading-Kart-Produkten vorbeigehen wird. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir das Ganze hier aufziehen können. Oder ob das Ganze so gut zugeschweißt ist, dass wir reißen müssen. Und es sieht nach dem zweiten aus. Und dann schütten wir mal alles raus, was in diesem Starter-Pack enthalten ist. Da haben wir hier zunächst die Rückseite für die Mappe. Dann gibt es die Zahlen zum Aufkleben für alle, die das ein bisschen als Orientierung haben möchten. So, dann haben wir hier, nehme ich mal an das Spielfeld, genau. Da werfen wir mal schnell einen Blick drauf, denn dann können wir das nämlich schon mal wegtun und haben wieder ein bisschen mehr Platz. Da ist also dieses XL-Doppelspielfeld. Dann haben wir hier das Sammler-Magazin, zu dem wir dann am Schluss kommen. Und hier das Deckblatt mit der Checkliste auf der Rückseite, die ich euch jetzt mal eben durchs Bild ziehe, sodass ihr eure favorisierten Spiele und Teams in Ruhe anschauen könnt. Dafür einfach an der entsprechenden Stelle auf die Pause-Taste drücken. Ihr seht das Ganze zum Teil mit sehr dunkler Schrift auf dunklem Hintergrund. Nicht unbedingt ideal gelöst. Wenn euch das hier also zu schnell geht oder ihr das auf dem Bildschirm nicht wirklich erkennen könnt, was in dieser Checkliste steht, dann gibt es alternativ, wie gesagt, immer noch die komplette Checkliste auch auf der Collectors-Webseite. Den Link dorthin habe ich euch rechts oben in die Infobox gepackt. So, dann schauen wir uns mal den zweiten Teil der Checkliste mit den restlichen Teams an. Und darunter kommen die ganzen neuen Special-Karten in diesem Jahr. Street-Styler Nitro-Karten. Also einiges an neuen Kategorien, die Top sich für diese Kollektion hat einfallen lassen. Dann haben wir den Block mit den Karten zur zweiten Bundesliga. Und hier unten dann die restlichen Special-Karten sowie die Übersicht über die limitierten Karten und wo diese zu finden sind. Ganz interessant, immer noch der Blick ins Kleingedruckte. Nämlich hier links unten seht ihr Redaktionsschluss für diese Kollektion. Am 4. August heißt also, alle Wechsel, die danach erfolgt sind, konnten für diese Kollektion nicht mehr berücksichtigt werden. Und dafür gibt es dann, wie schon im Vorjahr, im Spätherbst ein Transfer-Multipack, mit dem Topps dann die restlichen Transfers aufarbeitet, die nach diesem Datum noch erfolgt sind. So ihr seht, ich habe schon mal begonnen, das Ganze in der Sammelmappe zu verstauen. Denn dann ist das damit auch schon mal erledigt und wir können die inklusive dieser Nummern schon mal zur Seite packen. Bisschen schade, dass diese Nummernaufkleber keinen transparenten Hintergrund haben. Denn wenn man sich so einen Aufkleber hier oben beispielsweise in die Ecke packt, dann verdeckt man ja die Hälfte der Karte, die dort einsortiert wird. So, hier haben wir dann unser Kartenpäckchen, das schauen wir uns zum Schluss an. Jetzt werfen wir einen Blick ins Sammler-Magazin, um diese neue Kollektion auch noch ein bisschen näher kennenzulernen. Wir sehen auf der linken Seite das Inhaltsverzeichnis, dann direkt eine Übersicht, was in diesem Jahr neu ist. Die Social Kings Karten, die Street Styler, die Nitro Karten, Heritage Karten gibt es dieses Jahr zum ersten Mal in der Bundesliga Kollektion. Und eine ganz interessante Sache ist hier unten für den Adventskalender vermerkt. In allen im Umlauf befindlichen Adventskalendern hat Topps Golden Chip versteckt, mit dem man dann zwei Karten für das Spiel zwischen Bayern und Dortmund gewinnen kann, inklusive Anreisen und Übernachtung. Also das ist ein richtig toller Preis, der da in den Adventskalendern versteckt ist. Dann gibt es einen kleinen Rückblick auf die Highlights der letzten Saison. Das Ganze anhand von den Topps Now Karten, die Topps ja nach jedem Spieltag produziert. Dann haben wir die Übersicht über die enthaltenen Taktik Karten, das ist wichtig für alle, die mit den Karten spielen wollen. Und für die gibt es dann hier auf der rechten Seite auch die Spielregeln. Dann gibt es auch einen ganz kurzen Rückblick auf die zweite Bundesliga mit dem Meister FC Schalke 04 und dem kompletten Spielplan der neuen Saison zum selber eintragen. Und hier rechts auch noch zwei weitere Highlights aus der Vorsaison, Top-Torjäger Robert Lewandowski und das Traumtor von Pantowitsch vom VfL Bochum gegen Hoffenheim. Dann haben wir den kompletten Plan der ersten Liga zum Selbsteintragen und die Vorschau auf die Base Karten, die in diesem Jahr wieder einen schwarzen Hintergrund bekommen haben. Und diese ganze Kollektion, wie ihr bereits an der Aufmachung vom Starterpack und dem Design der Einleger und dieses Sammlermagazins erkennen konntet, im futuristischen Cyberpunk-Design. Und das zieht sich auch durch die ganzen Karten dieser Kollektion. Sicherlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich persönlich finde gut, dass Topps da auch mal einen neuen Weg geht und auch mal ein etwas gewagteres Design ausprobiert. So, dann kommen wir zu den Special-Karten mit den Helden von morgen, den Nachwuchs-Stars der Bundesliga. Unter anderem mit Paul Wanner, Kevin Schade und Jamie Beino-Kittens von Borussia Dortmund. Dann haben wir die Club-Logos, die auf diesem Bild auch schon einen richtig starken Eindruck machen. Da bin ich gespannt, wie sie dann in echt aussehen. Dann haben wir die Social Kings, die in den sozialen Netzwerken erfolgreich sind. Dann haben wir den Kicker aus den jeweiligen Vereinen, passend dazu weist Topps natürlich auf die eigenen Social-Media-Kanäle hin. Dann haben wir die Match-Winner-Karten, auch die in diesem sehr speziellen Cyberpunk-Design. Während hingegen die Starspieler, die wir auf der rechten Seite sehen, dann doch sehr edel wirken mit diesen schwarz-goldenen Karten, die zusätzlich im Die-Cut-Format kommen. Heißt also, bei denen an dieser Rechteckform ein bisschen was weggeschnitten wurde. Dann haben wir die Street-Style und die Nitro-Karten mit den besten Ballkünstlern und den schnellsten Spielern aus den Vereinen. Dann der Hinweis auf die Match-Attacks-App. Eine Übersicht über alle Nationalspiele, die bei der kommenden WM in Katar antreten werden. Dann haben wir die Limited-Editions, die in diesem Jahr an das Allen und Ginter Baseball-Design angelehnt sind. Also auch ein sehr klassischer Look, den Topps dafür gewählt hat. Und dann haben wir hier auf der rechten Seite die neuen Club-100-Karten mit Nico Schlotterbeck von Dortmund, Kevin Trapp von Frankfurt, Patrick Schick von Leverkusen, Joshua Kimmich von den Bayern und Christopher Nkunku von Leipzig. Da könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr von dieser Auswahl haltet und wer euch da gegebenenfalls fehlt und wenn ihr stattdessen dann gestrichen hättet. Dann kommen die Heritage-Karten zum 15-jährigen Jubiläum der Bundesliga-Match-Attacks-Karten. So lange gibt es die inzwischen tatsächlich schon. Und wir sehen hier, dass Topps dann das Design aus der allerersten Saison auf die Karten zurückholt und diese dann aber mit einer neuen speziellen Folie veredelt hat, sodass das, was damals Base-Karten waren, jetzt edle Special-Karts sind. Dann haben wir die Legenden-Karten. Eine haben wir ja schon auf dem Cover dieses Starter-Packs gesehen mit Franz Beckenbauer. Dazu gesellen sich Shinji Kagawa von Borussia Dortmund, Sami Kidira für Stuttgart und Nicole Genoweski, legendärer mazedonischer Nationalspieler vom 1. FSV Mainz 05. Dann kommen wir zu den angesprochenen Autogramm-Karten mit Original-Autogrammen der Stars. Und in diesem Jahr gibt es sogenannte Legenden-On-Kart-Autogramme. Heißt also, auf diesen Karts haben die Spieler nicht nur auf Stickern unterschrieben, die dann auf die Karten geklebt werden, sondern hatten die Karten tatsächlich wirklich selbst in der Hand und haben dann auf diesen unterschrieben. Das sind immer Karten, die von Sammlern noch mehr geschätzt werden, als die Autogramm-Karten mit den Sticker-Autogrammen. Und wir sehen, wir haben hier insgesamt acht Legenden aus der Bundesliga-Geschichte, die auf solchen Karten unterschrieben haben. Und diese sind dann exklusiv in den Mini-Sammeldosen zu finden. Da wird man dann aber ordentlich Glück brauchen. Die Quote werden wir dann wahrscheinlich entdecken, wenn wir so eine Mini-Sammeldose in der Hand haben. Dann die schon angesprochenen Autogramm-Karten mit den Sticker-Autogrammen. Seht ihr auch so ein bisschen, dass da so ein rechteckiger Sticker dann auf die Karte geklebt wird. Und da gehört Jamal Musiala sicherlich zu den begehrtesten Autogrammen, die man ziehen kann. Aber wir sehen, dass Topstar eine reichliche Anzahl an Bundesliga-Spielern zusammengetrummelt hat. Und somit dürfte es auch ein bisschen leichter werden, ein solches Autogramm aus einem der Packs zu ziehen, auch wenn bei der großen Anzahl an Magitex-Packs, die unterwegs sind, dies natürlich nicht gerade einfach werden wird. Dann gibt es noch ein ganz besonderes Stück. Das ist eine Relic-Karte mit Spänen der Meisterschale, die bei der Gravur des neuen Meisters in die Schale entstehen. Also das auch ein ganz tolles Sammlerstück, von denen es in dieser Kollektion nur drei Stück gibt, die über alle Päckchen verteilt sind. Und hier auf dem Bild sehen wir noch ein leeres Feld. Auf der Collectors-Webseite findet ihr bereits eine Vorschau-Grafik, in die diese Späne eingearbeitet sind. Dann die Combo-Autogramm-Karten mit den zwei Autogrammen. Da gibt es eine von Dortmund, Bayern, Schalke, Frankfurt, Hoffenheim und Leipzig. Also sechs verschiedene Karten. Die gibt es dann immer nur in den Mega-Packs zu finden. Und was diese Mega-Packs sind, erfahren wir gleich bei den Produkten hier auf der rechten Seite. Haben aber zunächst noch die Chrome-Shield-Karten, die es auch erstmals in der Bundesliga-Kollektion gibt. Gibt es ja schon länger in den Champions-League-Kollektionen. Und die gehören dann auch zu den ganz seltenen Karten in dieser Kollektion. Denn ihr seht es, in der Rot-Display-Box findet man nur eine dieser Karten. Oder alternativ findet man sie in jedem dritten Mega-Pack oder in jeder achten Mini-Sammeldose. Daher sollte man diese Karten auch als extra sehen und nicht als Teil der Kollektion. Denn um diese komplett zu sammeln, braucht man schon eine irre Anzahl an Päckchen. So, hier sehen wir auf der rechten Seite die Produkte. Starter-Pack, gucken wir uns gerade an. Dann gibt es dieses, wie gesagt, neue Mega-Pack mit 125 Karten und direkt 5 limitierten Karten. Also gerade wenn man limitierte Karten auch braucht, ist das natürlich ein tolles Produkt. Dann gibt es in diesem Jahr wieder 3 verschiedene Mini-Sammeldosen. Onyx, Smaragd und Rubin. Die jeweils mit 45 Karten und 2 limitierten Karten. Und den Social Kings Karten, die sich offenbar nur in den Mini-Sammeldosen und im Adventskalender befinden, den wir hier unten sehen. Und der neben den Social Kings Karten auch noch 2 limitierte Karten mitbringt. Und dann haben wir wie gewohnt noch ein Blister und ein Multi-Pack mit jeweils 30 Karten und einer limitierten Karte. Hier auch schon der Hinweis, dass ab November dann dieses Transfer-Multi-Pack kommen wird. Und damit sind wir dann in der neuen Bundesliga-Saison richtig angekommen, zu der wir hier auch nochmal begrüßt werden. Haben jetzt mit diesem Sammler-Magazin eine ganze Menge über diese neue Kollektion erfahren. Und wollen jetzt natürlich zum Schluss einen Blick auf ein paar Karts aus dieser neuen Kollektion werfen. So viel sind es ja diesmal leider nicht, denn auch bei den Karts im Starter-Pack hat Tops ein bisschen abgespeckt. Also nicht nur der Preis ist hochgegangen, auch ein paar weniger Karten sind drin. Aber wir schauen mal, vielleicht sind da ja schon ein paar ganz besondere drunter. So wir beginnen mit einem Code für die Match-Attacks-App, den könnt ihr gerne nutzen, wenn ihr da aktiv seid. Und dann beginnen wir mit unserer limitierten Karte von Niklas Süle. Einen richtig tollen Effekt hat, denn in den Hintergrund des Spielers ist so ein leichter Holo-Kreis eingearbeitet. Seht ihr vielleicht, wenn die Karte so ein bisschen im Licht bewegt wird. Und ansonsten ein richtig schickes Design, das wie gesagt auf diesen legendären Baseball-Karts beruht. Blick auf die Rückseite, so sehen die Karten in diesem Jahr von hinten aus. Und dann kommen unsere ersten Base-Karten und die erste Base-Karte aus der zweiten Bundesliga, die, wie wir sehen können, leider nicht ganz so toll geschnitten ist. Da hat er Tops links fast schon in den Spielernamen reingeschnitten. Und wir sehen Felix Lohkemper von Nürnberg, der mir jetzt schon so ein bisschen abstürzt. Dann haben wir unseren ersten Bundesliga-Spieler mit Leonardo Bittencourt von Werder Bremen. Dann eine umgedrehte Karte. Und das ist unsere Bundesliga-Legende mit Franz Beckenbauer vom FC Bayern München. Dann geht's mit den Base-Karten weiter. Und die sieht jetzt auch schon ein bisschen besser aus. Christian Günther von Freiburg. Dann haben wir Antoni Katschi von den Mainzern. Jacek Goralski vom VfL Bochum. Yannick Gerhardt für Wolfsburg. Sidney Rebiger, der von Leipzig ja jetzt zu den Fürtern gewechselt ist. Dann Dayo Upamecano für die Bayern. Dann kommen unsere Taktik-Karten oder zumindest die erste davon mit der Verletzungs-Karte. Und es geht direkt weiter mit der Schiedsrichter-Karte. Dann haben wir noch die Top-Form-Karte. Und als vierte und letzte Taktik-Karte die Manager-Karte. Dann haben wir auch noch ein Match-Winner-Päckchen mit Marc Uth vom 1. FC Köln. Und als letzte Karte eins dieser neuen schicken Logos. Und das ist das des VfL Bochum auf dieser richtig tollen Special-Karte. Also die gefällt mir besonders gut. Die Logokarten sahen ja im Sammlermagazin schon toll aus. Aber so als reale Karte wirken sie dann doch immer noch mal ganz anders. Und wir sehen auch das feine Muster, das Topster in den Hintergrund eingearbeitet hat. Also richtig starke Optik, die Top sich da in diesem Jahr für die Logos überlegt hat. Ja und damit sind wir durch mit allem, was in diesem Starter-Pack zu den neuen Bundesliga-Magitex 2022-23 Karts enthalten war. Optisch das Ganze sicherlich in diesem Jahr schon bei den Base-Karten hingucke. Durch diese knalligen Farben des Cyberpunk-Designs auf dem schwarzen Hintergrund. Und auch die ersten Special-Karts, die wir gesehen haben, so viel waren es ja noch nicht, mit dem Match-Winner, der Logo und der Legenden-Karte wussten durchaus zu überzeugen. Highlight sicherlich die Limited Edition-Karte von Niklas Süle. Mit diesem tollen Holo-Effekt und dieser edlen, vergoldeten Schrift auf der Karte, die dem Ganzen schon eine gewisse Wertigkeit verleiht. Jetzt bin ich aber vor allem auf euren Eindruck von diesen neuen Karten zur Saison 2022-23 gespannt. Und natürlich auf all das, was ihr sonst so zu dieser neuen Kollektion loswerden wollt. Das Ticket doch jetzt mal unten ins Kommentarfeld, wenn ihr da nicht schon mit angefangen habt. Und wenn ihr damit durch seid, dann würde ich mich natürlich noch über ein Däumchen nach oben für dieses Video freuen. Also zum Abschluss nochmal schnell checken, ob ihr den Like-Button auch richtig getroffen habt. Und wenn ihr die weiteren Videos zu dieser, aber auch zu anderen Sticker- und Trading-Kart-Kollektionen nicht verpassen wollt, hier aber noch nicht regelmäßig dabei seid, dann gönnt euch jetzt eins der kostenlosen Kanal-Abos, mit denen ihr beim nächsten Video dann auch direkt mit am Start seid. Bis dahin, macht's gut. Tschüss!